So, wir sind jetzt in Solingen am Waldmeister, genau, und jetzt gucken wir gleich Carsten. Analog-Sympathisant und Plasma-Schwarz. Und? Seid ihr auch aufgeregt? Ja, ja, ja. Eigentlich doch einigermaßen. Wie war der Soundtrack? Schwierig, aber es geht. Demon Stories, Seven Secrets. Analog-Sympathisant gibt es ja auch schon super lange, haben wir gesehen. Wir haben angefangen 2010, ja, aber in dem Zeitraum nur zwei Alben. Wie lange habt ihr das jetzt schon nicht mehr gemacht? Oder wie lange habt ihr dann schon nicht mehr auf der Junge gewesen? Vor Corona hatten wir tatsächlich das zweite Album fertig geworden. Und dann hatten wir so zwei Wochen vor dem Lockdown einen Gig. Und dann wollten wir eigentlich auch mehr machen, aber dann ging es nicht mehr. Und dann mussten wir sich da wieder mal so reinfinden. Und worauf können wir uns heute Abend freuen? Äh, ich glaube auch. Viel Spaß. So, jetzt schauen wir uns gerade einmal das Waldmeister an. Hier ist schon eine Waldmeister-Grüne Lampe. Es wird laut. Es wird laut. Es wird laut. Es wird laut. Toiletten. Tarrasse. Danke, Raps. Ja, Herr Raps. Du bist in der Zeit, von der Mar und von der Brille Ich bin driving in meinem Auto, ich will nicht alleine gehen, ich gehe durch die Motions, ich gehe durch die Motions. Ich fülle meine Gefahr und ich stehe in deinem Kopf Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.